Hey, Nazarossi hier, von Kampfsport, ich fahre schwarz. Mir geht's nicht gut, es ist wie Kampfsportzart, ich fahre schwarz, ich fahre schwarz, ich fahre schwarz. Noch eine Haltestelle, dann steige ich aus, wenn mich keiner kontrolliert, gehe ich reicher noch aus. Es ist wie Kampfsportzart, ich fahre schwarz, ich fahre schwarz, ich fahre schwarz. So gut, oder?